Lauft. Lauft. Oh nein. Lauft. Ich bin Batman. Ruhig bleiben, Junge. Bleibt weg! Bleibt weg! Was ist los mit ihm? Das sind die Drogen. Was? Na los, wir müssen ihn hier wegschaffen. Komm schon, lass mich los! Okay. Wir wollen, wir wollen... Er verschwindet! Lass mich in Ruhe! Nee! Nee! Na super. Verstehen die auch. Ganz ruhig. Was passiert hier? Nein. Wie soll ich hier nur ruhig bleiben? Obi-Wan, bist du es? Stimmt. Malo wartet. Es ist gleich vorbei. Ruhig. Drogen. Durch die engen Schlauchgassen. Schön, wie sich so alles verzieht. Ja. Fatma. Sully? Sully ist nicht hier, Drake. Doch. Sie sind jetzt allein. Sully? Sag nicht sowas, Obi-Wan. Sully weiß nicht. Keine Angst. Mir nach. Es ist ein Pädophiler. Nein. Ich weiß es doch. Ich geh nicht. Mir nach. Ich habe Süßigkeiten. Ich habe einen echten Hasen. Hey, möchtest du mal einen echten Hasen sehen? Ich habe ganz viel Glück. Sie wissen, was wir wollen. Sie dürfen nicht. 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 dich auf. Komm, wir gehen ins Licht. In die Erlösung. Zu Eiche. Gut. Wir flüchten uns. Verdammt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sind wir tot? Oder leben wir noch? Ich glaube, wir leben. Willkommen zurück. Tod wäre jetzt besser. Ja, auf jeden Fall. An Ihrer Stelle würde ich lieber ruhig bleiben. Sie sind nicht ganz legal hier. Schon vergessen? Großes aus kleinen Ursprüngen. Hinter diesem dreisten Gehabe steckt immer noch derselbe kleine verängstigte Ausreißer, oder? Lassen Sie die Spielchen. Sie kennen mich nicht. Tatsächlich denke ich, dass ich Sie besser kenne als jeder andere, Mr. Drake. Natürlich ist das nicht Ihr richtiger Name, oder? Aber damit wollen wir uns nicht aufhalten. Mutter begeht Selbstmord. Vater übergibt den Sohn im Alter von fünf Jahren dem Staat. Aufgewachsen im St. Franziskus-Kinderheim. Wie in einem Dickens-Roman. Wie in einem Dickens-Roman. Keine Sorge. Sie interessiert uns nicht. Außer, natürlich. Wir müssen ein wenig Druck ausüben. Was wollen Sie von mir? Tja, auch wenn ich es nur ungern zugebe. Ich brauche Ihre Hilfe. Bei der Suche nach Victor Sullivan. Klar. Wir wissen bereits, dass er die Koordinaten für ihr Rahmen hat. Woher wissen Sie das? Von Ihnen, Nathan. Anscheinend ist Ihre Loyalität nicht so unerschütterlich, wie Sie dachten. Was ist mit ihm? Was? Was soll das werden? Gar nichts. Es ist nur... Tja, wir haben sie nun schon einige Zeit in unserer Gewalt. Und er hat sich gar nicht bemüht, sie zu retten. Er hat sie auch nicht in Katagena gerettet. Er sah nur eine günstige Gelegenheit. Ich weiß, was Sie vorhaben. Glauben Sie mir. Victor geht es immer nur um Victor. Und das ist einfach nur ein Fakt. Ich habe es vor 20 Jahren entdeckt. Es wundert mich, dass Sie so lange gebraucht haben, um es herauszufinden. Sie verschwenden Ihre Zeit, Lady. Wie Sie meinen. Aber denken Sie nach. Als er Sie damals vor 20 Jahren auf Kolumbiens Straßen aufgelesen hat, hat er Sie vor jenem Leben bewahrt? Oder hat er Sie vielleicht nur dazu verdammt? Ach, wunderbar. Tja, wir haben Sullivan gefunden. Er ist hier in der Stadt. Tut mir leid, Nathan. Anscheinend sind Sie entbehrlich geworden. Stirb, du Arschloch. Jetzt gibt's was auf die Kauleise, du Penner. Wurke vor der Hohleise. Ja. Komm her. Komm her. Bei der Lage in Gebetstüren. Ja? Ja. Kauf ich mir auf dem Rückweg. Und die Töpfe auch. Ja. Schneller, schneller, schneller. Das ist wie eine Verfolgung bei GTA. Ah, da fehlen aber die Autos. Ja, in der Tat. Arschloch. Aber hier gibt's dafür die Eischitz. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Komm her, komm her. Da wird irgendwas von Hassan. Ja, das hab ich auch so verstanden. Da vorne. Du entkommst mir nicht. Arschloch. Kommen wir da nur hoch. Spring. Von da. Kommen wir nicht weit. Ja, aber wir können da weiter. Scheiße, das war ein Fehler. Ja. Ah, gut. Und wie man sieht, ist die Polizei mir sehr freundlich zu sein. Ja. Schlägt. Tritt einem ins Gesicht. Komm her. Komm her, du Bastard. Ich krieg dich. Habt ihr nie gedacht, dass dieser Scheißanzugtyp so gut... äh, so gut so gut springen kann und über Dächer laufen kann, ist bestimmt ein Stuntman. Ja, genau. Ein Double, ne? Ja. Komm, ich hab dich gleich. Ich hab dich. Ich hab dich. Haben wir da Police? Ich glaub, das ist die Polizei. Ja, davon geh ich aus. Das ist im Hotel Assalam. Hä? Ich konnte irgendwie, wir hatten nicht weiter. Das ist ja jetzt grad nicht so richtig. Vielleicht musstest du in eine der Richtungen laufen. Wahrscheinlich in rechts oder rechts. Geh mal nach links. Nee, von links kommt doch der Polizist. Nee, der kommt von hinten. Der kommt von hinten. Er mag's. Die Sau. Er ist dominant. Ja. Na, wir müssen da hochklettern. Jetzt hab ich's gesehen. Komm, 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 schnell, 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 schnell. Ist hier irgendwo eine Treppe? Nee, nur ein Aufzug. So, hier ist eine Treppe. Ah! Da hab ich dich zu kennen. Scheiße. Komm her, komm her, komm her, komm her, du Wichser. Bringt auch keinen großen Vorteil. Komm. Das bringt dir nichts. Ich hab dich sofort wieder. So. Du musst eine reiche Familie sein. Bringt dem ganzen Gold, oder warum? Ja. Goldene Abflussrohre. Ja. Wer hat das schon nicht zu Hause, ne? Oh, Alter. Ich hab Platinrohre. Da kommen die Bullen von hinten. Scheiße. Mist. Mist. Komm her, du Schwein. Ah. Gleich hab ich dich. Gleich hab ich dich. Und dann fresse ich dich. Nein. Ach. Zwei drüber springen, aber trotzdem nicht übers Geländer springen und runterspringen. Ja. So, jetzt kommt der Penner. Wo ist er, wo ist er hin? Wo ist er hin? Vielleicht da lang. Ah. Das kann doch nicht sein. Er ist uns entwischt. Nee, da kommen wir her. Ja, ich weiß. Ah, ich hab nur noch einmal in die Richtung geguckt. Toll. Ah. Super. Ey, bist du's? Hallo? Bist du's? Na. Ey. Hörner. Oh. Da kommen wir nicht weiter. Vielleicht hat er sich auch unter so ein Gewand getan. Wie diese Frauen hier. Hallo? Irgendwie. Vorne geht's weiter. Entschuldigung. Entschuldigung. Da heißt, ich werde dann so schnell nicht los. Hm. Boah, das sieht nicht sicher aus. Ist das aber. Okay. So. Und. Aufs Maul gelegt. Na los, Zerbet. Das wird langweilig. Ja, wird's schon. Was? Du Hörner. Ah. Sah sehr schön aus, wie er da so nach unten zur Seite begleitet ist. Ich kann nicht mal aufhören zu schießen. Das tut doch weh. Nein. Idioter. So, komm hoch. Nein. Boah. Boah. Ich hab dich. Na. Scheiße. Oh, na los. Das geht doch wohl besser. Kacke. Der ist ja gar nicht so schlecht. Na los, Zauberer. Aber jetzt gibt's was auf die Fresse. Nein. Scheiße. Ungut. Ah. Anscheinend hat der noch Eier. Betonung liegt auch noch. Ohne Drogen geht wohl nicht viel. Scheiße. Scheiße.